Jetzt noch mal eine Frage in eigener Sache. Warum der Name Brainpool? Können Sie mir dazu was sagen? Den Namen hat sich mein Redusseur damals ausgedacht und wir wollten eigentlich den Wert der Ideen für die Produktion unterstreichen. Also das auf den kreativen Output ankommt und nicht so sehr auf die Technik. Deshalb heißen wir nicht Protect, sondern Brainpool.